Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch die WMF Küchenminis 3 in 1 Eismaschine vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Die WMF Küchenminis 3 in 1 Eismaschine ist eine kompakte und vielseitige Lösung für die Zubereitung von Eiscreme, Sorbets und gefrorenem Joghurt. Mit ihrem eleganten Design und der hochwertigen Verarbeitung passt sie perfekt in jede Küche. Die Bedienung ist einfach. Zutaten in den 300ml Behälter geben, Zeit einstellen und die Maschine erledigt den Rest. Dank des leistungsstarken Motors und des effizienten Kühlsystems sind eure Desserts schnell fertig. Die Reinigung ist ebenfalls unkompliziert, da Behälter und Rührblätter spülmaschinenfest sind. Zusammengefasst bietet die WMF Küchenminis 3 in 1 Eismaschine eine benutzerfreundliche und platzsparende Lösung für köstliche gefrorene Desserts. Perfekt für alle, die gerne Eis genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.